Das würde halt nicht reichen, oder? Doch! Ist ja so fast strumm hier alles, ich sehe fast gar nichts mehr. Da geht's auch weiter, aber... Ja. Ja, was bringt mir das hier? Irgendwas? Ich weiß es momentan nicht genau. Ja, käme ich da jetzt zwar. Weiter, aber... Irgendwas kann... Irgendwas tut da noch nicht. Was noch macht das? Nächster Leichen. So. Da ist mir noch was, was ich übersehen habe. So, aber irgendwas stimmt da hier noch nicht. Komm ich da jetzt zwar lang, aber... Ach, hier muss ich nicht drauf. Ah... Na, oder auch nicht. Was bringt mir das? Achso, ja klar, ich kann mich ja hier drauf stellen. Ah, ja, dann den, dann kann ich da durch, ja. Kann ich mich auf der anderen Seite wieder raus, ja. Alles klar. Ja, natürlich, die Frage ist... Ja gut, zurück komme ich immer. Eigentlich müsste ich ja nicht nochmal hin. Ach ne, komme ich ja gar nicht. Stimmt ja, ich halte immer noch das Ding. So. So. Bumm. Soll ich dir die Tür zu, aber wir können trotzdem weiter. Ja, war doch nicht so schwer. Aber wir können ja auch schon mal aufgeräumt haben auf der anderen Seite. Ist das immer vorteilhaft. Kamera? Hallo? Mach die Kamera. Kamera, ha. Steil rum. Steil rum. Kamera, alles selbe. Selbe Unheil hier. Ja toll. Bin ich wieder hier. Jetzt kann ich aber... Ich kann ja nur in die Richtung. Kann ich auch vorbei? Gut. Gut, dass er vorbei kann. Und ich dann auch noch sterbe oder so, ja. So. Okay. Komm mal in hier hin. Das ist nur ein Geist, ne. Ich weiß noch nicht. Ah ja. Ich hab das Gefühl gekriegen jetzt. Unser extra. Hab ich nur so ne Vermutung, aber... Ich weiß noch nicht. Ach so. Leere Läufer. Ja, tatsächlich. Er ermöglicht es, Toad-Zapital auf besonderen Oberflächen zu erzeugen, die er sofort durchschreiten kann. Jawoll. Jetzt geht es uns ab hier. Müsste aber fast auch das letzte wieder sein, wa? Was? Kann ich Kuchen? Hahaha. Ja. Kann ich Kuchen. Gut, dass ich jetzt auch festgestellt habe. Das hat irgendwie bekannt vorkommen, diese Waffe. Wollt extra. Sieht nur anders aus. War ja beim ersten Teil noch umsichtlicher mit den Farben. Orangen und Blau. Ach so, LT. Ja. Man soll aber auch richtig machen. Dann klappt das auch, wenn man es richtig macht. Ach. Freue doch nicht hier. So können wir. So. Huiiii. Was wollen die denn? Ach sieht so cool aus. Jawoll. Was die wir mit dem unclean haben. Ihr seid mir echt Experten, ey Niederknie, was glaubt ihr eigentlich wer ihr seid? Was glaubt ihr eigentlich wer ihr seid, ihr seid ja hier äh, so leere Läufer, leere Läufer. Den muss ich auch aufladen, ja, kann man auch, kann man auch wieder aufladen, ah ja. Kann ich jetzt eben um weiter, ich weiß, ich weiß, aber, eher mal den da reinwerfen, komm schon, Dankeschön. Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Da hat nur eine Truhe aufgetaucht. Was, ne Gläfe? Ja, kann ich zwar nicht gebrauchen, aber zum Opfern, kann ich immerhin Opfern, ja. Hier, verbessern. Gläfe. Bringt zwar nicht wirklich viel, aber sie bringt was. So. Ach guck mal, was haben wir denn hier? Was? Der Wüstertal ist, Mann, das klingt gar nicht schlecht. Irgendwo hier muss ich mal in so einer Truhe sein. Ach, die ist da unten? Wahrscheinlich, ja. Dann mach ich eigentlich die Karte, wa? Verlieskarte, bin ich fast vorbeigelaufen. Ich bin sie auch vorbeigelaufen, genau betrachtet. Aber egal, ich sag hier nichts. Ich sag hier nichts. Ich sag hier nichts. Äh. Nein, nein, nein. Da. Zwei Werte gehen hoch. Ja, ein anderer geht runter. Aber, Zorn. Wir brauchen einen Zorn. Brauchen wir so nicht. Gesundheit ist viel wichtiger. Für uns hier. Ich will hier auf diese Karte gucken, übrigens. Äh. Was haben wir hier noch? Ach, wir haben gleich alles hier. Erlösung. Meine mächtige Pistole, die Todsbruder, Streit gehört. Der Todesgerichtfähigkeit kann an Tod bestimmte Ziele in großer Entfernung greifen. Er nutzt dies zu seinem Vorteil, indem er entweder sich selbst zu große Zielen hinzieht oder kleinere Bechte so sich hinzieht. Seelenteiler. Der Fürst der Klauchen hat in Todsseele geblickt und zuvor versteckte Potenzial vergestalten. Das ist ja der Text, glaub ich, alles, ne? Kennen wir doch gar nicht schon. Ja, kennen wir alles schon. Heming ist tot, ja, ist auch der selbe Text. Tut mir leid, wenn ich das nochmal gelesen habe, aber... Egal, ihr wisst ja, ne? Kann mal, was kann mal passieren. Wenn man so lange schon dabei ist... Wenn man so lange in dem Spielchen schon dabei ist, man manche Sachen schon wieder vergisst... Vergisst... Ja, soll mal passieren, so... Soll mal wieder hier rum... So... So... Okay, jetzt können wir uns wieder da draufstellen... und wieder... uns aufteilen, so... Seelenteiler... Einer ist jetzt der Dummeskölze hier hin... Der andere Dummeskölze jetzt auf der anderen Seite... Ja, so kann's gehen... So... Okay... Äh... Und da hin... So... Nein... Hätte aufgerechnet, wenn ich das einfach so mache... Kann ich übrigens auch auf Kurzbefehle setzen, ich weiß, aber... Ach, bisher lief's ja schon ganz gut, ich werd's aber auch nicht mehr machen... Ich muss mir auch mal lernen, was ich hier alles habe... Die Porsche-Flag... Aha... Gut zu wissen... LB und... Und das... Ahja... Okay... So... Dann müssen wir jetzt rüber... So... Jetzt haben wir nur ein schwarzes Teil... Ja gut... Das schwarze Loch springen wir dann... So, kann man... Und rein damit... Äh... Oder rein mit uns... Wollte ich sagen... Ich treib mir jetzt erstmal nicht den Typen... So... Was ist denn her... Viel aushalten tust du aber nicht... Ha... Das war aber jetzt nicht deine Stärke... Und da müssen wir überall noch hin... Ach, komm mal da her... Komm mal irgendwie her, ne... Sieht alles irgendwie ähnlich aus hier... Hier ist wieder so ein Ding... Hier ist wieder so ein Ding... Mit einem Hebel... Oh... Nehmen wir mal hier einfach rein... War ja vielleicht ne doofe Entscheidung aber... Aufgelandet in Leere... Ja... Das ist genau das... Okay... Ja... Könnt ihr... Könnt ihr ja lesen... Ihr könnt das Video... Ihr könnt das Video... Ihr könnt das Video... Ihr könnt das Video ja pausieren... Ich nicht... Ich spiel ja hier, ne... Ich kann nicht einfach... Aufhören... Unheilvolle Sense... Ist was stärker? Ach... Wie kann das denn sein? Hä... Ne... Von wegen nicht stärker... Warum macht die denn mehr Schaden? Wenn alles fällt... Wenn alles runterfällt... Was... Hä... War das Sinn? Ja... Nämlich trotzdem hier... Unheilvolle Sense... Opfer ich die... Vielleicht wird es ja doppelt... Verteidigung... Magie... Ja... Verteidigung gibt es... Höher... So... Okay... Ja... Ich denke mal... Wir müssen hier eine aufgelandene Leere erzeugen... Würde wahrscheinlich jetzt Sinn machen... So... Komm her... Ja... Ja... Ich muss nur nach oben kommen... Ist ja... Irgendwie klar... Ne... Ah... Da geht einfach so ein Ding dann los... Ah... Ja... Guck hier gerade ob hier irgendwas ist... Aber ich glaube hier ist nix was deckt... Untergeschoss... Ist überhaupt ein Untergeschoss hier... Äh... Ich glaube nicht... Hier gibt es nur was... Inhalbgeschoss... Obergeschoss... Und so... Gibt es was... Hier unten nix... Okay... So... Machen wir mal... Mal schauen wir uns hier... Wer erwartet... Ne... Einhaken... Aha... Okay... Und jetzt... Sind wir jetzt hier gelandet... Komm... Mir hört alles so bekannt vor... Wahrscheinlich... Weil immer noch... Das ist... Wo immer noch mal waren... Ja... So... Nur auf der anderen Seite... War doch irgendwo dieser Typ hier... Woa... Wo immer das war... Und was ist... Woa... Dann haben wir lieber so... Genau... Sieht aus wie... Sie... Wie eine Sie... Oder? Als... Hier... Wie ist... Uh... Hecht doch aus... Verdammt... Wenn ich hier sage... Mann... Der weiht doch nicht aus... Hier vernünftig... Ich hab wieder gar nichts... Jetzt... Wieso war ich doch nicht aus... Verdammt... Nochmal... Da... Boah... Ah... Ah... ... ... ... Ja, daneben erleben sie ja nicht. Was ist das jetzt? Na, da wollen wir sowas überhaupt überleben. Ey, ich spiele sowas von schlecht in dem Spiel. Wir kriegen ja nicht so wirklich gut für Reihe, da muss ich Mauer zugeben. Irgendwie läuft hier nicht so wirklich was. Hier muss ich was für ein Portal nutzen. Wozu ist das jetzt gut hier? Wozu ist das jetzt, wozu ist dieses Portal jetzt gut? Die Mutter, die damit, weil ich eigentlich dieses Licht irgendwo hinleiten soll, vermute ich mal. So, da komme ich her. Ah, leere Läufer. Ich fände eine Bombe cool. Einfach mal hin. Da rennen wir halt einfach rein. So. So. Komm her. So, erwischt. Abhol den weniger. Aber noch nie alles. Ich wollte nur sagen. Ah, ja. Ich werde es nicht nur wieder hinführen. So. So. Oh, ja. Ah. Oh, bist du ein Tod? Na sowas. Das war voller Absicht. Weißt du. So. Jetzt muss ich da irgendwie da nicht anders denken. Ja, ist jetzt klar irgendwie. Irgendwie. Hier liegt hier los. Das löst das Teil auf. Aber nur das. Leider nicht das auf der anderen Seite. Irgendwie. Komm gleich noch hin. So. Hier geht es dann weiter. Hier geht ja momentan nur in eine Richtung. So. Ach, das wollen die nicht so wieder hier. Diese Geister. So, lohnt sich ja nicht wirklich sich damit umzuprügeln. Wenn ich sage, die sollen sterben, dann soll ich auch mal sterben, wenn ich mal auf sie schieße. Na, offenbar lernt ihn das nicht so einfach. Hoffenbar ist ja nicht so einfach zu funktionieren, mit dem einfach sterben. Einstein. Na, sieht's einfach mal. Einer fehlt uns noch und ich weiß glaube ich auch wo der ist. Was? Aber nicht hier. Hier ist dann fertig damit. Fehlt uns nur einer. Na sowas. Wie kommt das denn zustande? Wie ist das hier eigentlich? Erdgeschoss. Mhm. Ja. Kurz gucken hier. Also einmal glaube ich rund rum oder so. Ich glaube ich da nach oben oder so. Und ich soll doch mal diesen Heiltrank mitnehmen. Könnte ich mir das Leben retten. Ja, klingt ein bisschen komisch als tot, aber... Da geht es wahrscheinlich runter, später oder hoch oder irgendwie so in die Richtung. Dann müssen wir mal hier lang. Mal schauen, wo wir hier landen. Irgendwann da rein, wa? Wo eh schon mal war, ja. Oh oh. O, wie geht es denn? No, wir gehen da mal so aus auf auf auf... Ah, ist ja gut. Baaan. Und... .... so was wollt ihr denn ja ja wohl aber wirklich hier gibt es einfach immer gegeben her okay runter hängt da einer luft